Sankt Andreas Nowena, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Christus, Jesus Christus und seiner seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, erhöhe meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, zu dieser Stunde. Flehe ich dich an, flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, geboren, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und unsere seligste Mutter. Amen. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem zu jeder, zu jeder, zu dieser Stunde, Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Seele, von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an. Höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen sie hier ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Amen. Vielen Dank.